Maxi, erzähl mal was zu den Vorkommnissen da gerade. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, erlebt habe ich das natürlich schon des Öfteren. Ich habe bedingt, also irgendwo hat man ein Verständnis, wenn du dreimal in die Relegation musst, dass die Leute irgendwann die Schnauze voll haben, dass das Ganze so eskaliert ist. Das ist natürlich schade. Es waren noch zehn Minuten zu spielen und der Schill musste vorher abbrechen. Aber die Relegation dreimal zu verlieren, das tut schon sehr, sehr weh. Ich habe ein gewisses Verständnis. Aber heute war es natürlich auch für mich persönlich so, dass es schon sehr extrem war. Hast du selber was davon mitbekommen, dass hier mit dem Reizgas gespielt wurde? Hast du das selber gemerkt? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist für mich auch das erste Mal. Hast du Freunde vielleicht, die draußen haben? Nein, auch nicht. Das habe ich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nie gehört. Reizgas, das da gespürt wurde, das sind natürlich Grenzen, die überschritten wurden. Emotionen, schön und gut, aber das ist dann auch vielleicht zu viel. Ro��shore, 166-9000-r4000, PRO 1.00 Zum Halen, schön und rot företag. gone der Sandむchsig. Von Jama gaan! Hört sich clash mit, basics beide beiden? Wir kommen zum Halen, hart auf! weiter geht. Awesome, schön.